Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu eurem eigenen Server einrichten und zwar dem Server, den ihr bei hk-hosting.de gemietet habt. Das haben wir die letzten paar Videos alles besprochen. Wir haben uns im letzten Video um Putty bzw. SSH gekümmert und können uns jetzt sowohl über VNC als auch über Putty einloggen bei unserem Server. Aktuell noch als Root, was eine riesige Sicherheitslücke ist, aber die wollen wir heute beheben. So, wunderbar. Was wir jetzt also brauchen ist, wir brauchen eine Session bei unserem Server. Das heißt, ihr solltet schon eingeloggt sein. Wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, dann schaut in meinem letzten Video von der Playlist nach. Und ja, ansonsten könnt ihr direkt hier weitermachen. Gut, die ersten Sicherheitsmaßnahmen, die wir machen, sind apt-get-update. Updaten ist enorm wichtig, denn mit Updates könnt ihr sozusagen immer den neuesten Patch holen. Das heißt, der Patch, in dem alle Sicherheitslücken geschlossen sind und aktuell keine offen ist, hoffentlich, was wahrscheinlich nicht ganz der Fall sein wird. Aber wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird, dann wird sie logischerweise erst im nächsten Patch gepatcht. Das heißt, wenn ihr einen Patch zurück seid, dann habt ihr höchstwahrscheinlich eine Sicherheitslücke. Okay, deswegen immer schön updaten und apt-get-upgrade macht in etwa fast dasselbe, nur dass ihr auf neue Programmversionen sozusagen updatet. Und ja, das passt eigentlich auch soweit. Okay, bei mir ist das natürlich alles schon gelaufen. Achtet darauf, apt-get-upgrade kann durchaus mal eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Aber nicht wundern dann. Okay, das nächste, was wir machen wollen, ist, wir wollen uns nicht mehr als Root einloggen können. Denn ein Root hat echt alle Rechte. Der darf wirklich alles machen. Der darf das System platt machen. Der darf alle Dateien lesen, alle Datenbanken lesen und so weiter und so fort. Und wenn man von fern, also von nicht direkt lokal dem Server, sondern von irgendwo weiter weg, das, was wir jetzt gerade machen, sich als Root einloggen kann, dann ist es natürlich ein Sicherheitsrisiko. Und deswegen wollen wir das natürlich abschalten. Deswegen brauchen wir erstmal einen zweiten User, also einen weiteren Benutzer, der irgendwas auf dem System machen darf, aber nicht ganz so viel wie der Root. Und dazu bauen wir uns jetzt erstmal einen neuen Benutzer. Wir sind ja aktuell ein Root, aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Deswegen jetzt aktuell sind wir vielleicht noch leicht verwundbar. Aber wir wollen auch SSH-Schlüssel verwenden und nicht mehr nur Passwörter, denn Passwörter können gecrackt werden. SSH-Schlüssel können eigentlich fast nicht gecrackt werden. Das dauert wirklich dann Jahrhunderte, könnt ihr gerne mal ausrechnen. Gibt es auch eine Playlist dazu von mir, nennt sich Kryptografie, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Und ja, jetzt geht es weiter. Wir wollen einen neuen User. Deswegen schreiben wir hier unten User-Add. Und zwar User-Add-User. Das ist einfach der Name. Ihr könnt euren User auch Heinz nennen oder sowas. Aber wir werden unseren User jetzt einfach mal User nennen. Ist erstellt. Jetzt wollen wir dem armen Benutzer, der noch nichts hat, ein eigenes Verzeichnis erstellen. Das heißt, er bekommt ein Make-Directory. Also wir erstellen ein neues Verzeichnis. Und zwar in Home. Da, wo sozusagen die eigenen Dateien liegen. Home slash User. Das hier sollte einfach gleich heißen wie der Benutzer. Das ist einfach so eine Namensgebung. Und wir erstellen ihm gleich noch ein Verzeichnis. Nämlich ein Punkt SSH-Verzeichnis. SSH ist quasi die Verbindungsart, über die wir jetzt gerade auch schon drin sind. Das soll nachher für unseren User möglich sein und nicht mehr für den Admin. So. Und jetzt sagen wir was ganz Interessantes. Wir wollen, dass nur der Root dieses Verzeichnis noch verändern kann. Das heißt, home slash User slash Punkt SSH. Ja, Punkt SSH. So. Soll nur noch der Admin verändern können. Und nicht mehr irgendein anderer Benutzer. So. Und jetzt wollen wir unsere Schlüssel einrichten. Dazu brauchen wir erstmal ein Schlüsselpaar. Und zwar ein kryptografisches Public Key und Private Key Pair. Und das erstellen wir über SSH-Keygen. So. Jetzt, wenn ihr unter Windows seid, dann habt ihr dieses SSH-Keygen erstmal nicht. Da müsst ihr dann als allererstes mal Git for Windows installieren. Und dann habt ihr die Möglichkeit in der Kommandozeile SSH-Keygen.exe aufzurufen. Das ist im Prinzip dann dasselbe wie das, was wir jetzt hier machen. Wir wollen einfach nur SSH-Keygen ausführen. Ansonsten wäre eine Alternative für euch einfach mal kurz ein Linux zu installieren. Damit ist sowieso das ganze Administrieren relativ viel einfacher. Aber es funktioniert wie gesagt auch über Windows. Okay. Ja. SSH-Keygen und Enter. So. Jetzt fragt ihr uns, wo wollen wir die Datei denn speichern? Ich hätte sie ganz gerne in home slash home slash morpheus slash. Achtet darauf auch, dass dieses Terminal gerade bei mir normal auf dem Rechner läuft. Und nicht irgendwie der Server ist, sondern einfach nur wirklich ein lokales Terminal bei mir. Und zwar in tutz slash serveradministration. Ich habe mich hundertprozentig vertippt. Slash id bodenstrich rsa. Okay. So. Passphrase. Wir wollen erstmal kein Passwort, dass es damit man den Key benutzen kann. Sprich, wenn jemand sich Zugriff zu eurem Rechner verschafft, den Key kopiert, dann kann er leider auch eure Dateien entschlüsseln. Aber soweit sollte es eh nicht kommen, dass jemand bei euch am Rechner sitzt und den Key kopieren kann. Deswegen mache ich jetzt hier mal kein Passwort. Das ist jetzt mein Fingerprint und mein Schlüssel. Und den trage ich auf dem Rechner ein. Okay. So. Wie trage ich das Ding jetzt auf dem Rechner ein? Naja. Ich öffne mir sozusagen einen Kommandozeilen-Editor. Der nennt sich Wim. Wim. Und dann sagen wir home slash user. Also quasi unser Verzeichnis, das wir jetzt gerade erstellt haben. Punkt SSH. Und jetzt sagen wir hier, wir nennen, upsala. Wir nennen das Ganze Authorized Bodenstrich Keys. Das ist auch so eine Namensgebung. Die nimmt man normalerweise. Das sind dann die Schlüssel drin, von denen ihr euch einloggen könnt. Sprich, wenn ihr den Schlüssel nicht habt, könnt ihr euch nicht einloggen. Also wirklich nur mit diesem Schlüssel. Normalerweise sollte der Schlüssel auch noch ein Passwort haben. Das spare ich mir jetzt aber hier, weil es wie gesagt nur zu Demonstrationszwecken ist. Okay. Wim home user SSH Authorized Keys. So. Und jetzt sehen wir hier unten, blinkt irgendwas. Hier steht jetzt... Ah. Okay. Das ist ärgerlich. Ich habe Wim nicht installiert. Ich dachte, das wäre automatisch schon dabei. Dann machen wir apt-get-install-wim. Und warten ganz kurz, bis es fertig ist. Damit installiert man sozusagen einfach neue Pakete. Also apt-get-install und dann das neue Paket. Und das ist ein Kommandozeilen-Editor, den wir benutzen wollen, um diese Datei zu editieren. In der Zwischenzeit öffnen wir mal unseren Schlüssel, damit wir wissen, was da gerade so passiert ist. So. Hier sehen wir, das ist das Verzeichnis Server-Administration. Wir haben hier ID RSA und ID RSA.pub. Äh. Ja. Doch nicht mit LibreOffice. Oh mein Gott. Naja. Warum eigentlich nicht? Ähm. Das ist unser SSH-Schlüssel. Also unser Public Key, ähm. Der mir sozusagen angibt, okay, mit diesem Schlüssel kann ich mich jetzt hier einloggen. Da sind irgendwie ziemlich viele A's drin. Naja. Egal. Ähm. Mit diesem Schlüssel kann ich mich einloggen. Und den muss ich jetzt dem Server geben. Also das ist quasi unser Schlüsselaustausch. Ich muss dem Server meinen Schlüssel geben, damit der weiß, aha, okay, das ist wirklich der, dem ich vertrauen kann. So. Ähm. Ich werde das jetzt nochmal aufmachen, weil ich es geschlossen habe. Und das Ganze hier einfach mal kopieren. Und jetzt hier mit Wim die Datei öffnen. Authorize Keys. So. Jetzt habe ich hier sozusagen einen Kommandozeilen Editor. Und kopiere einfach diesen ganzen Kram da rein. Dazu gehen wir als erstes mal in den Insert Mode, indem wir I drücken. Dann sehen wir hier unten so ein kleines Insert. Und dann können wir hier rechts klicken, einfügen. Schon haben wir alles, was wir brauchen. Und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Das heißt, wir können hier wieder raus. Das heißt, als erstes gehen wir auf Escape. Dann sind wir hier unten wieder aus dem Insert Mode raus. Zu Wim könnte man fast eine eigene Serie machen, aber naja, machen wir nicht. Ähm. Dann drücken wir Doppelpunkt. Also geben Doppelpunkt ein und dann X zum Speichern, Enter und fertig. So. Jetzt haben wir dieses wunderbare Dings gespeichert. Und zwar unseren Key in Authorized Keys. Also in dieser Datei Authorized Keys. Super. So, jetzt gehen wir her und sagen, okay, diese Datei darf auch nur noch der Administrator überhaupt anfassen. Selbst der darf sie nicht mal, der darf nicht alles mit ihr machen. Und zwar sagen wir das, indem wir sagen, chmod400. Und zwar genau diese Datei. Also, slash home user.sh authorized keys. Und jetzt wollen wir, dass wir dem Nutzer User das Verzeichnis, also sein Home Verzeichnis überschreiben. Das heißt, ihm gehört nachher das Verzeichnis und der wird quasi der Eigentümer davon. Von diesem Verzeichnis. Das machen wir, indem wir chown eingeben. Ups. chown. Und sagen jetzt User. Doppelpunkt User. Und zwar slash home slash user. Minus R für rekursiv. Das heißt, alle weiteren Unterordner gehören auch ihm. Alle Unterdateien und so weiter und so fort. So. Gut. Jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir unserem User nur noch ein Passwort geben. Und zwar ein richtig, richtig, richtig gutes Passwort. Das machen wir mit passwd. Für User. Und jetzt können wir hier ein neues Unix Passwort wählen. Das ist nachher das Passwort, für das wir sudo oder das wir für sudo brauchen werden. Das heißt, wir können nachher mit User auch noch Commands ausführen, die eigentlich nur für den Root gedacht sind. Aber wir brauchen sudo dazu. Und das ist das Passwort, was wir dafür benutzen werden. Jetzt müssen wir uns richtig gutes Passwort überlegen. Zweimal eingeben. Sonst habt ihr da natürlich auch wieder ein Problem. Also unbedingt zweimal eingeben. Und logischerweise auch zweimal dasselbe Passwort. So. Jetzt noch ein paar letzte Schritte, die wir machen wollen. Und zwar. Wir wollen, dass wir, ja, diese vSudo-Datei wollen wir verändern. Was ist vSudo? vSudo ist eine Datei. Da steht quasi drin, wer hat alles, wer oder welcher User hat die Möglichkeit, dieses vSudo oder überhaupt sudo aufzurufen. Das heißt, wer darf nachher irgendwelche Befehle als Administrator mit seinem Passwort ausführen. Und was wir hier machen ist, wir sagen hier unter User Privilege Specification, da fügen wir jetzt den User hinzu. Und zwar indem wir sagen User all gleich Klammer auf, all Klammer zu und leer nochmal all. So. Und hier unten wird uns jetzt sogar schon angezeigt, was wir machen müssen. Wir müssen STRG X drücken. Und ja, wollen wir diese Dinger hier speichern? Ja, wir wollen sie speichern. File to write genau diese. Super. Okay, jetzt sind wir kurz vor unserem Ziel. Jetzt haben wir für unseren neuen Benutzer SSH freigeschalten. Wir haben für ihn alles freigeschalten, was mit Root zu tun hat. Und jetzt können wir sagen, okay, wir wollen, dass der Root Zugriff über SSH, also das, was wir gerade hier benutzt haben, um das Ganze einzurichten, dass der abgeschalten wird. Dazu gehen wir wieder mal in Wim und zwar in die Datei in etc. slash ssh slash sshd Bodenstrich Config. Schauen uns mal an. Oh, furchtbare Farben. Ja, sehr furchtbare Farben. Ich hoffe, ihr könnt das alles ungefähr lesen. Hier irgendwo findet ihr Permit Root Login. Dieses setzen wir hier auf No. Äh, ja, auf Insert, muss man erstmal umschalten hier, auf No. Und, ähm, Passwort Authentication. Ähm, genau. Wir gehen hierher und fügen eine neue Zeile ein. Und zwar Passwort, also Passwort Authentication, also Passwort Authentication setzen wir auf Nein. Dass wir uns nicht mehr nur mit Passwort anmelden können, sondern wir brauchen immer einen Schlüssel, also einen SSH-Schlüssel. Das heißt, ihr könnt euch aber nachher, auch wenn ihr den Schlüssel verliert, nicht mehr mit dem Ding anmelden. So. Eine weitere Zeile fügen wir auch noch ein, damit wir den Benutzer, also spezifisch wirklich nur unseren Benutzer, den User, den wir gerade angelegt haben, erlauben. Und sonst nichts allow users. Und zwar sagen wir User, jetzt könnte ich hier sagen, add irgendeine IP-Adresse, von der ihr euch einloggen wollt. Da die sich aber ändern kann, schreibe ich jetzt so hier allow users und, äh, allow user als User. So. Ähm. Und hier dann eventuell eine zweite IP-Adresse, falls ihr euch von irgendeiner anderen IP einloggen wollt, und so weiter und so fort. Aber da wir generell einfach sagen, der User darf sich einloggen mit dem Schlüssel, passt das so. Ähm. Wir können hier, wie gesagt, auch deny users einfügen, also deny users. Können wir sagen, okay, es gibt ein paar User, die dürfen sich nicht einloggen, wobei das natürlich keinen Sinn macht. Warum lege ich die User dann gerade bei mir an? Ähm. Genau. So. Jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir hier wieder raus. Also einfach doppelt, äh, beziehungsweise stopp. Wir gehen erstmal auf Escape und dann gehen wir auf Doppelpunkt, X und wir sind draußen. So. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen unseren SSH-Service neu starten, damit diese Änderung auch übernommen werden können. Und da sagen wir dann, Service SSH restart und wir sind so ziemlich fertig. Jetzt sind wir zwar noch als Root eingeloggt, aber wenn wir es jetzt nochmal probieren wollen, ich mache es gerade mal vor. Ähm. Wenn ich jetzt sage, hier SSH minus, ähm, äh, SSH root at DIP, dann passiert folgendes, Permission denied public key. Mir fehlt also mein public key. So, wenn ich jetzt das als User probieren würde, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Warum ist das so? Naja, SSH weiß nicht, wo unser public key gespeichert ist. Und deswegen müssen wir jetzt noch sagen, hey SSH, mein public key, beziehungsweise generell meine Keys, sind gespeichert an der Stelle, äh, Tuts, die wir hier gerade benutzt hatten. Das heißt, wir sagen SSH minus add. Das heißt, wir fügen einen neuen Schlüssel hinzu, SSH add home. Also, das ist jetzt, Achtung, das ist wieder bei uns auf der Maschine. Wir sagen unserem SSH, welche Schlüssel es verwenden soll. Home slash Morpheus slash Tuts slash Serveradministration und hier ID Bodenstrich RSA. Das ist das, was wir gemacht hatten. Fügen wir hinzu, Identity added und jetzt kann ich mich einloggen als SSH, ach Sekunde, ich mach das anders, SSH user add dem da. Und jetzt muss ich nicht mehr mehr ein Passwort eingeben, sondern ich bin direkt drin. Wunderbar. Das heißt, wir sind soweit. Wir haben sozusagen jetzt nur noch unseren User. Wir sind jetzt hier als User angemeldet und können uns hier fortbewegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein relativ langes Tutorial, war auch ein relativ anstrengendes Tutorial, glaube ich. Aber, wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr schon mal einen relativ sicheren Server. Nächstes Mal geht es weiter mit ein paar weiteren Sicherheitsmaßnahmen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder teilt das Ganze oder wie auch immer oder macht beides, das wäre noch besser. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.